Herzlich Willkommen aus dem Landkreis Kronach. Wir fahren jetzt in den Markt Pressig ein. Den wollen wir uns näher anschauen und fahren zunächst in die Ortsmitte. Das hier ist die Bundesstraße 85 von Kronach kommend in Richtung Ludwigstadt. Und hier ist erstmal die Ortsmitte von Pressig. Und da werden wir jetzt irgendwo parken. So, noch 100 Meter laut Navi. Und jetzt sind wir in der Ortsmitte angekommen und bleiben hier mal stehen. Die Fahrt im Markt Pressig im Landkreis Kronach geht weiter. Wir fahren entlang der Hauptstraße von Kronach kommend auf der Bundesstraße 85 und sind jetzt fast durch den gesamten Ort hindurch gefahren. Wir befinden uns jetzt ziemlich schon am Ortsausgang. Wir sind hier mitten im Frankenwald, umgeben von Hügeln, Wäldern. So, das war das Ortsschild. Vor uns ist noch ein Supermarkt. Und da werden wir jetzt wenden, damit wir noch einmal in den Ort Pressig zurückfahren. Und damit wir uns dort noch einmal ein bisschen umschauen. Ei, der stört. So, dann müssen wir jetzt mal da vielleicht hineinwenden. So, bis Ludwigstadt sind es noch 17 Kilometer. Und wir fahren jetzt aber zurück in den Markt Pressig. Jetzt kommen wir vom Norden. Wir fahren in Richtung Kronach. Man sieht die bewaldeten Hügel um den Ort herum. Rechts eine Bahnlinie. Der Ort hat einen Bahnhof. Es gibt ein paar kleine Geschäfte. Eine Bäckerei. Eine Metzgerei. Irgendwelche Friseurläden. Eine Apotheke. Links. Eine Kirche. Und das Rathaus. Und eine Schule. Auch ein paar Gaststätten gibt's. Und eine Tankstelle. Und vor uns ist wieder der Ortsausgang. Noch ein Supermarkt. Hier wenden wir wieder. Ein kleines Industriegebiet. So, es geht wieder zurück auf der Hauptstraße. Jetzt in Richtung Norden wieder. Und hier können wir mal nach links abbiegen. Hier. Hier. Hier ist eine Unterführung. Hier ist eine Unterführung. Da vorne ist ein Wohngebiet. Und hier ein kleines Industriegebiet vor uns. Wir fahren in Richtung Hauptstraße. Und könnten aber in die Bahnhofstraße erbiegen. Das ist jetzt die Bahnhofstraße. Die führt entlang der Gleise. Und vor uns links ist schon das Bahnhofsgebäude zu sehen. Rechts wieder irgendeine Fabrik. Links der Bahnhof. Und vor uns die Hauptstraße. Und zwar die Wunderstraße 85. Wir biegen jetzt nach links ab und fahren Richtung Ludwigstadt. Richtung Norden. Man kann sagen, auf dieser Bundesstraße 85 ist ein ziemlich übler Schwerlastverkehr festzustellen. Im Sekundentakt rauschen große LKWs vorbei. So. Und wir fahren jetzt wieder in Richtung Norden. Haben das Ganze hier aber schon gefilmt. Und da ich jetzt hier am Ort nichts Spannendes mehr gesehen habe, von dem ich denke, dass man es mit dem Auto filmen kann, verabschiede ich mich bereits hier. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Tschüss.